Alter, was geht ab? Leute, wir hängen hier mit den Jungs am Start. Lava's Day beginnt pünktlich zum Glockenspiel. Jetzt beginnt's. Wir sind am Start. Moment, ich mach mal Screen Nicole hier an. Ah, ich seh schon Lavados. Er sieht schon Lavados? Aber nicht bei dieser Arena. Wie, nicht bei dieser Arena? Also nicht bei unserer, Mann. Oh mein Gott! Hey, bei mir noch gar nicht. Doch, ich seh's irgendwo heute. Aber bei mir ist es 22 Uhr. Liegt's daran? Erklär mal im Video, was wir machen hier und Dimi. Wir machen hier den Zeitweg. Ähm. Man sieht bei mir, es ist 22 Uhr. Ja. Okay, Mann. Ja, ich seh auch einen Lavados. Das dauert. Der kommt schon noch. Der kommt schon noch. Der kommt schon noch. Es wär echt geil, wenn's geht, gell? Der kommt schon noch. Bei uns ist Lavados. Bei uns ist jetzt Lavados. Ich seh keinen, aber. Bei mir auch nicht. Ich seh schon. Jetzt rein und Pass holen? Wir haben doch schon Pass. Ah stimmt. Nachdem wir die Arena gemacht haben. Ach stimmt. Ja, jetzt können wir rein. Soll ich einmal rein und raus gehen? Jetzt können wir rein, ja. Soll ich einmal rein und raus gehen? Nein, lass doch nicht. Wieso rein und raus? Oh, okay ist es da. So. Öffentlich? Auf geht's. Ja, öffentlich. Ich hoffe wir haben mehr Support. Von mir leider heute nicht. Nein. Das war ein Scherz, Leute. Ja, Libi weiß eh nicht, was R-Support ist. Er so, okay. Mir wurscht macht, was du willst, Alex. Da ist auch kein Raus. Mein Gott, was ist gut. Ah Stein ist vermehrt. Mein Gott, das sind sieben Leute. Fuck, jetzt muss ich schon welches halt Ding machen. So. Das hat Ding. Ich habe ein Gesteinsteam klar gemacht. Drei Deathmutter mit der CD-Attack und drei Geowatz auf dem Axe. Hier sind noch ein paar Randoms mit dabei. Aber ich denke, wenn wir weiterziehen, sind die dann weg. Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben von uns gehört. Großartig und drei Geowatz besprechen. Aus welchem hast du geschaut, von wann der war? Ja, von Juli, endlich vom August, aber der war auf jeden Fall im Zeitraum. So, wir haben hier Dimi, du bist ja erst zurückgekommen, warte mal, ich muss dich erst versuchen, und spielt erst seit kurzem wieder aktiv, das heißt, er hat noch unter 10 Lucky Pokémon, und natürlich, weil er damals richtig krass war, hat er damals schon gute Pokémon gehabt, von Juli und August 2016, und jetzt tauschen wir, er hat einen Labgass, und ich gebe ihm Mewtwo, und es wird garantiert Lucky, und Lapaster natürlich für mich. So. 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 So, ich hoffe, dass Dimi unter 10 hat, du hast schon unter 10 Lucky, oder? Nein, ich habe nur eins, zwar mit dir. Okay. 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 Dann passt er. Bestätigen. So. Leute, das ist sogar aus Frankfurt. Hä? Du Cheater, und ich will jetzt Bufa. Nein, das war doch beruflich. So, ins Bufa, man. So. Gezeigt da drauf, man. Lucky, Lucky Mewtwo. Bam. Schau, wie glücklich ist sie. Oida, 22, 64. Das ist ein Endgut. 96, 98 vielleicht? Oh my God. Nein, nicht 98. Der schlecht ist vielleicht. Ja, weiß ich. Auf jeden Fall 96. Okay, KP und Angriff 15, mir scheißegal, Mann. KP und Angriff 15, es ist egal, was er denn ist. Okay, das war echt ein guter Torschau, Mann. Ey, ich gönste gar nicht, Demi. Ich weiß. Topf. So hässlich. So, wir sind hier mitten in der Innenstadt. Am Marienplatz. Oder zwischen Marienplatz und Schlaghaus. Und das sind echt eine Menge Leute hier unterwegs. Habt ihr die Strecke von denen gesehen, fand ich eigentlich nicht so gut, aber... Sehr viele Leute hier unterwegs. Viele gucken. Direkt 20 voll. Die davor war schon voll. Ich glaube, danach noch eine voll. Lava Stray geht schon ab. Okay, Demi push gerade. Sein Glücks-Mewtwo. Was sagst du dazu? Hast du's verdient? Glück gehört dazu? Was soll man sagen? Das heißt ja Glücks-Pokeboard, ja? Nee, das war 100% garantiert durch mich. Aber echt? Also, ich kenn's ihm überhaupt nicht. Ja, nein, aber dass es so gut ist, meine ich. Ja, okay. Das war Glück. Ja, das war Glück. Wobei das Minimum jetzt, ihr wisst, 12-12-12 ist. Also, die Wahrscheinlichkeit für den 100 ist jetzt 1-64, was schon ziemlich krass ist. Also, ich kenn's Dimi trotzdem nicht als 0 verdient wollen. Auf jeden Fall. Ja, wir können rein. Wie viel Mewtwo hast du eigentlich selber gefunden, sei mal ehrlich? Einen? Äh, einen. Ach, das hat nur die Frage. Ja. So, wir hatten jetzt, wie viele Rates? 6 müssen es eigentlich gewesen sein. 6 Rates fertig. Die Jungs haben dann die Zeit wieder auf Normal gestellt, aber keinen Pass bekommen. Also, so wie es aussieht, funktioniert das nicht. Ich mein, nach 12 könnten die es nochmal probieren und in die Zukunft springen. Auf den nächsten Tag vielleicht geht's da, aber... Entweder haben wir irgendwas falsch gemacht oder eine Antic. Hat das natürlich seitdem, das war über einen Monat her, natürlich, ähm, auf... Wie nennt man das? Gefixt. Ich weiß das deutsche Wort jetzt nicht. Behoben. Genau. So, wir machen noch ein paar Rates. Oswald ist bisher nicht so top. Hab's euch... Ich blende, glaub ich, in diesem Video jeden Lavalus Rate ein. Aber, das Interessante jetzt ist, bei Dimi, scheint es funktioniert zu haben, er hat jetzt noch einen freien Rate Pass bekommen. Und wir dachten, das wär der, den er grad verbraucht hat, aber jetzt hat er noch einen freien bekommen. Das wäre dann, theoretisch, dass es bei ihm funktioniert hat. Die Frage ist jetzt, was hat Alex anders gemacht, dass es nicht funktioniert hat bei ihm? Nee, gar nichts. Ich hab bei Dimi eingestellt. Ich hab Pedro selber eingestellt. Also, keine Ahnung. Oder vielleicht hat Dimi auch irgendwas verwechselt, aber müssen wir nochmal checken. Ja, extra raus. Was? Achso, ja. Dimi hat grad den Pass bekommen, ja. Kamera leider zu spät gestattet, aber er hat echt den freien Pass bekommen. Das heißt, er hat jetzt auf jeden Fall 10 Freie-Pässe. Ich weiß auch nicht. Ohne Worte. Wie funktioniert das bei den anderen nicht? Keine Ahnung. Aber man sagt dir, das Glück ist bei den Dummen. Komisch, komisch. So, nächster Rate. Das ist sogar ein X-Rate-Aviener hier. Ihr wisst beim Triggern, wir waren schon mal hier. Ich hatte grad Fehler da drüben. Ich könnte den Lava das nicht mitmachen, aber ist egal. Es werden immer weniger Spieler, weil wir gehen in die andere Richtung. Müsst aber immer noch reichen. Und ja, wir werden sehen, ob ich noch einen guten rausziehen kann, weil das hätte ich noch nicht so viel Glück. Wir haben noch eineinhalb Stunden, also noch die Hälfte der Zeit. Sollte kein Problem sein. Ich hab ohnehin kommen Tage, wie es bei euch so lief. Habt ihr ein gutes Lava das aus, habt ihr ein gutes Shiny. Wie viele Shiny habt ihr? Ich geh mich so um und auf einmal steht eine Mängelmasse da. Mal schauen, ob wir Glück haben. 18, 17. Ihr wisst, ein 96er und ich werd zufrieden. Ein 96er und ich werd zufrieden. 18, 6, oh mein Gott. Viel schlechter kann's ja gar nicht gehen. Aber okay. Und auch nicht Shiny. 15 Bälle immerhin. Ich kräfte ihn nicht, Mann. Wir haben jetzt aber auch nicht viel Zeit, um das zu lernen. Es muss einfach geworfen und gefangen werden und dann weiter geht's. So, jetzt haben wir ihn auf. Aber leider kein Gucken. Und das Gute ist, das Feuer Pokémon für die Quest. Die einzige Möglichkeit für mich, die Quest zu erfüllen. Bam. Tja, hab ich noch nen Zehnei? Dann hab ich hier ja mehr Glück. Arnel. Arnie? Ich glaube nicht. Tag 15. So, wir überlegen, wo wir hingehen sollen. Entweder da diese zwei oder diese zwei. Aber von dort ist halt kein anderer Arnie. Außer es geht Richtung Teil. Aber ich weiß nicht. Ist dann Richtung Pinakotheken. Aber das sind halt wieder einige Arnie. Wir gehen halt so oder keine Ahnung. Mir ist egal. Aber die sind alle zu weit auseinander. Mir ist es eigentlich egal. Okay, Leute. Alex ist jetzt in die Zukunft gesprungen. Bei ihm hat's jetzt geklopft. Das heißt, Zehn für die Raidpeste. Die Gegenwart hat so wenig funktioniert. Und Dimi, der hat einfach 15 Raidpeste bekommen. Echt. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, der beste für heute von mir. Ich hab das Werft noch nicht raus. Deswegen wird's spannend. 18,63. Alex hat gesagt, dass der 98er mit 14 Angriff nur. Aber wäre mir egal. Uh, exzellent. Den können wir uns schon noch gönnen. Dann wär's guter Tag. Dann können wir in L'Osteria gehen. Ganz kurz an alle. Schreibt unten rein, ob ihr's ihn gönnt oder nicht. Bevor ihr's zu Ende schaut. Also ich gönnt ihm nicht. Aber er gönnt sowieso nie. Doch, doch. Aber du weißt schon. Man muss nicht übertreiben. Das erste Mute hab ich dir gegönnt. Wunderter. Das zweite auch. Das 98er auch noch. Aber übertreibt nicht. Weißt du? Du hast gar nichts gegönnt, Alter, Mann. Ja, Lima hab ich echt gegönnt, Mann. So, aber so wie's aussieht schaffen wir dann den letzten Raid. Vielleicht gar nicht mehr oder knapp. Also ich bin fertig. Wie weit war das? Wir können schon gehen. Wir können schon gehen. Dann fährt er vorbei. Also, wo ist oben? Ja, die Straße rum. Dann müssen wir schon schaffen. Fünf Minuten. Wir haben noch viereinhalb Minuten. So lange ist die Arena noch da? Ja. Du kannst ja auch ohne mich schaffen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Gimmi? Ah, nee, das kann auch. Schönen Gewürzern. Schönen Gewürzen. Und das im Gehen. Das ist eine Leistung. Ein richtiger Pokémon-Meister. Ja, wir haben keine Zeit. Ich will die anderen jetzt natürlich auch nicht runterziehen. So wie Dimi. Da müssen auch mal Opfer gebracht werden. Oh mein Gott. Hey, gehen wir Ramen essen da noch? Können wir auch machen. Hä? Können wir auch machen. Ah. Niederschlechte Wur. Oh. Niederschmetter. Ja. Oh ja. Oh ja. Wie viele Bälle noch? Wir haben noch neun. Noch neun? Okay, Kerl. Excellent. Ja. So was wollen wir sehen? Da ist er. Da ist er. Okay. Happy End für die ganze Familie. Was für Happy End. Ich habe ihn null gegönnt, man. Heute war ein echt schlechter Tag. So, letzte Rate des Tages. Ich habe gerade gesagt, Alex braucht noch was Gutes. Die anderen, also ich und Dimi sind zufrieden. Also, ihm soll auch was Gutes passieren. Ich gönne ihm auf jeden Fall. Auch wenn er mir nicht gegönnt hat. So viel Herz. Ich meine es echt vom Herzen. Lass dein Like da. Abonnieren nicht vergessen. So. Also, ich und Dimi sind zufrieden. Aber ein Shiny könnte natürlich nicht schaden, weil ich habe noch keinen Shiny. So als Abschluss. Aber muss nicht sein. Puh. Das war's vom Lavasus Day. War anstrengend, aber hat Spaß gemacht, wie immer. Gute Ausbeute. Dimi hat ein 96er Lucky Mewtwo. Ich habe jetzt ein Lucky Labras, aber die AW war nicht so gut. Ich habe noch ein 98er Lavasus gefangen. Mein Ziel erreicht. Auch wenn er nur 14 angefasst. Aber den werde ich trotzdem auf jeden Fall auf Max pushen. Das Video kommt morgen. Alex hat ein paar Shinys gefangen, aber an sich leider nichts Besonderes für ihn. Shoutout an die zwei Jungs, die wir irgendwo mit aufgegabelt haben. Also in der Innenstadt ging schon ab. Da waren echt sehr viele Leute unterwegs. Auch viele bekannte Gesichter getroffen. Ein paar Zuschauer. Shoutout an den einen Jungen aus Kieferengarten, der aussieht wie Ed Sheeran. Wir wollten eigentlich ein Foto machen mit ihm. Und dann drunter schreiben, Euda Ed Sheeran beim Pokémon spielen getroffen. Ja, Shoutout an alle, die ich heute getroffen habe. Und Shoutout an euch zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und eine gute Ausbeute. Schreibt natürlich, was ihr gefangen habt. Und in die Kommentare. Gutes Lavados. Shiny. Gutes Shiny Lavados. Alles unten in die Kommentare. Also das war's von mir. Ich glaube, ich gehe danach noch live. Weil danach kommt noch die Mewtwo X-Ray Einladung. Da sind wir, glaube ich, eigentlich immer live. Aber wie gesagt. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.